Nach einem Jahrzehnt an der Spitze der NATO wird Jens Stoltenberg ab dem 1. Oktober von Mark Rutte aus den Niederlanden ersetzt. Kürzlich hielt Stoltenberg eine Abschiedsrede, in der er sagte, die Ukraine ist näher an der NATO als je zuvor. Während seiner Rede forderte der scheidende Generalsekretär die Mitgliedsländer auf, die grundlegenden Werte des Bündnisses zu unterstützen und blickte auf sein 10-jähriges Mandat zurück. Seit ich 2014 mein Amt als Generalsekretär angetreten habe, hat sich die Welt um uns herum tiefgreifend verändert, sagte Stoltenberg. In Bezug auf die Ukraine betonte er, dass das Land näher an der NATO sei als je zuvor. Heute glaubt Präsident Putin, dass er seine Ziele auf dem Schlachtfeld erreichen kann. Deshalb führt er seinen brutalen Krieg fort. Ich glaube nicht, dass wir Putins Meinung ändern können. Aber ich glaube, dass wir seine Berechnungen ändern können, fuhr der NATO-Chef fort. Indem wir der Ukraine mehr Waffen geben, können wir Putin verstehen lassen, dass er nicht erreichen kann, was er will, indem er Gewalt anwendet und es so kostspielig machen, dass er akzeptieren muss, dass die Ukraine das souveräne demokratische Recht hat, als souveräne demokratische Nation zu existieren, fügte er hinzu. Darüber hinaus hat die NATO während Stoltenbergs Amtszeit ihre Verteidigung von Null auf Zehntausende kampfbereite Soldaten verstärkt. Stoltenberg wird Ende dieses Monats nach einem Jahrzehnt an der Spitze des Militärbündnisses aus seinem Amt als Generalsekretär ausscheiden. Nach ihm wird die NATO den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte als neuen Generalsekretär willkommen heißen. Kikumバatmen Sie! Das waren die NATO-Qui 야berer in der Grenze Mercedes-Marke Jeans.